Oh Scheiße. Vicky, da ist ein Vieh. Der Winzen ist tot. Ja, jetzt sehe ich es auch. Der Winzen ist tot, Scheiße. Okay, da sind viele, da sind viele. Der Winzen ist tot. Hi, hi. Irgendjemand und ich weiß nicht wer. Hallo. Wer ist dein letztes Überlebnis? Ich. Ich habe dieses Vieh, das ich anschauen muss. Ich werde versuchen, dieses leichte Ding zu holen. Okay. Oh mein Gott, okay, alle anderen sind tot, Sivo. Ja. I'm sorry. Oh mein Gott. Holy fucking crap. Wie soll ich das nehmen? Okay. Ich bin schon weiß... Was weiß ich. Wie kann ich dasienen? Wie kann ich das nehmen? Wie kann ich das machen? Aufpassen, weil ich glaube die Stiegen drüben sind Dirk gestorben. Du musst mir jetzt genau zuhören, wenn ich dir dann sage, wo was ist, ok? Pass auf, es rennt an. Ok, gut. Danke.